Puh, ich habe so viel zu tun. Das muss ich mir notieren. Ich mache für Mama Frühstück. Meine Mama macht Käse. Wir haben keine Eier. Ich muss schnell einkaufen gehen. Mama. Mama. Entschuldigung, Dären. Ich war ganz in die Arbeit vertieft. Ich gehe einkaufen. Okay, mein Schatz. Schönen Tag noch. Danke, dir auch. Hm, zwei Eier und ein Brot. Danke, bis zum nächsten Mal. Puh. Okay. Dann heutzutage. Gut. Na, da. Gut. Mama! Frühstück ist fertig. Ich habe einen Riesenhunger. Ich habe einen Riesenhunger. Ich habe einen Riesenhunger.